Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part der Schwert Nasslock. Hallo ihr Lieben, ich habe ja jetzt fast zwei Wochen kein Schwert Nasslock mehr gespielt, weil mir einfach zeitlich es nicht gereicht hat. Und ich freue mich jetzt riesig, wieder endlich weiter die Schwert Nasslock zu spielen und euch mit neuen Parts zu unterhalten. Wir sind jetzt bei Part 3 und es passt ja sehr gut. In Part 3 erkunden wir jetzt Route 3. Oh, wir haben gleich mal einen Riesenpilz gefunden. Das ist sehr gut. Wir haben hier auf dieser Route, glaube ich, noch keinen Pokémon gefangen. Wenn ich jetzt kein Blödsinn rede, aber wir gucken sicherheitshalber nochmal. Du kommst von den Wonnenwiesen, Route 1, Route 1, Route 1, Route 2. Wie steht denn bei allen Wonnenwiesen? Ja, weil wir nur 5 haben, ja. Gut, okay. Also, wir haben noch keinen Pokémon auf dieser Route gefangen. Sehr gut. Dann wollen wir jetzt hier mal ins Gras gehen. Da ist unser neuer Account da. Den haben wir schon. Ein Maiko haben wir schon, meines Wissens. Das heißt, wir müssen es nicht fangen, oder? Wir haben ein Maiko-Team. Ja. Team Eier. Dann können wir aber trotzdem mit diesem Maiko mal ein bisschen trainieren, damit wir noch ein bisschen Kampferfahrung kriegen. So. Wumms. Das richtet ja schon mal gut Schaden an. Weil, ich weiß ja, der erste Arena-Leiter, der hat Pokémon so um die Level 16. Und ich möchte halt, ich möchte jetzt nicht überlevelt sein, overlevelt sein, aber ich möchte halt auch nicht unterlevelt sein. Gerade der erste ist vielleicht noch relativ, relativ eins. Der zweite, äh, einfach. Der zweite auch noch. Aber danach kommen halt dann richtig schwierige Gegner. Und, also, oh, das dürfen wir nicht fangen, weil es kein Zusatz-Encounter ist. Aber danach werden es halt wirklich immer schwierigere Gegner. Und ich möchte halt gerne schon das durchspielen, die Schwert-Naslog. Nicht overlevelt, aber auch nicht unterlevelt. Wolflaum. Schon schlafen wir. Ähm, dann wechseln wir mal rein in Maya. Da es ein Pflanzen-Pokémon ist, können wir mit Maya, ähm, dieses Pokémon gut besiegen. Ein Volltreffer. Super. Ähm, oh, das hat Level 14. Seht ihr, da sehen wir schon, was ich meinte mit, ähm, overlevelt und unterlevelt. Das ist ja gar nicht, das ist ja über, über unserem Level. Viel dazu. Dass wir überleveln könnten. Montan sind wir ja eher druntert, als drübert. Solange es nur Lockduft einsetzt, ist das kein Problem. Lockduft dürfte nicht so viel Schaden machen. Und wir haben es jetzt besiegt. Nein! Oh. Schlafen wir auch noch. Ich glaube, in dem Fall fliehen wir. Bevor wir besiegt werden. Flucht. Also wir haben ja noch zwei Versuche. Wir haben ja jetzt diesen ersten, haben wir, konnten wir ja tauschen, weil wir ja Micro schon haben. Jetzt haben wir gar keinen Aufwecker. Aber ich gucke mal nach hinten und wir nehmen Raffel nach vorne. Genau. Und da wir ja das erste Fragezeichen-Encounter schon haben, dürfen wir noch zweimal versuchen, unser Glück. Also ich würde sagen so, dass man drei versuchen kann. Ah ja, hier, das haben wir noch nicht. Pam, pam. Und wenn alle, wenn das dritte dann immer noch dasselbe ist, dann können wir entscheiden, ob wir den Account einfach auslassen oder dann doch nochmal ein zweites Gleiches haben. Aber Pam, Pam haben wir ja noch nicht. Nein, Pam, Pam hat uns mit einer Attacke K.O. geschlagen. Ich habe gerade noch so gedacht, hoffentlich setzt er jetzt keine Kampfattacke ein. Ich hätte nicht gedacht, dass er sonst mit einer Attacke. Kampf. Nimm mal dich mal. Du solltest bei... Ah ne, der hat auch Unlichtattacken. Oh, ich Idiot. Entschuldigung. Was soll ich denn noch machen? Wir versuchen es jetzt mit einem Pokéball zu fangen und hoffen, dass er drin bleibt. Nein. Das kann ich nicht so viel Schaden machen. Na super. Damit kriegen wir auf gute drei keinen neuen Encounter und haben sogar ein Pokémon verloren. Ja super. Aber es läuft gut. Ich glaube, ich lasse ihn doch wieder. Wir können uns jetzt kurz heilen. Ich werde gerade ein bisschen leiser, weil mir im Flur irgendjemand rumboldert und ich mag das immer nicht so. Dieses Gebäudere. Wer wurde jetzt besiegt? Raphael. Raphael. Ja. Ja. Hier müssen wir nämlich raushauen. Super. Läuft. Leute, läuft. Ich sehe schon. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass wir mit dieser Methode nicht sehr weit kommen werden heute. Naja, vielleicht haben wir ja Glück und es läuft jetzt gleich wieder besser. Wir werden jetzt mal einen Trainer, der da kommt, herausfordern und dann sind wir weiter. Vielleicht meint es die Trainerin mit uns besser. Hast du die Eröffnungsteremonie gesehen? Na klar, hast du. Die Guremira. Guck mal, was die Guremira hat. Ein Wulpix. Ein Wulpix. Im Glück starten wir nicht mit einem Käfer-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon. Ich habe halt einfach nichts. Ich könnte auch hier mein Pflanzen-Pokémon einsetzen. Ich habe einfach nichts gegen Feuer. Oh je, das kann ja heiter werden. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Neustart. Ne, ne. Vielleicht müssen wir wirklich nochmal einen ganz neuen Start machen. Aber eigentlich... Weiß nicht. Vielleicht spiele ich dann Schwert nochmal anders durch, wenn wir es nicht schaffen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt sollte ich nicht schon aufgeben, bevor ich überhaupt besiegt wurde. Vielleicht gewinnen wir ja gegen dieses Wulpix. Ich meine, so extrem viel Schaden macht es jetzt nicht bisher. Da machen wir mehr Schaden mit Piekser. Und ich meine... Noch stehen unsere Chancen gut. So, Wulpix besiegt. Wir haben ja noch vier Pokémon. Und wir haben ja noch... Ich glaube, zwei Routen, wo wir Pokémon fangen dürfen. Jeweils eins. Bevor wir gegen den Arena-Leiter kämpfen müssen. Und wir haben Rasierblatt gelernt. Das ist eine sehr gute Pflanzenattacke. Also von dem her... Sind die Chancen ja noch nicht aussichtslos. Bei Heilbälle. Wir könnten hier mal noch gucken, ob wir dieses Mikrobesiegt kriegen. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. Das hat Level 13. Ich glaube, wir lassen es. Nein! Ist ein Schwert irgendwie schwerer als Schild, oder? Fehle ich mir das nur ein, ey? Ich hatte noch nicht so viele Probleme bei Pokémon-Schild. Bitte kein Flug- oder Feuer-Pokémon. Danke. Du kommst bestimmt mit einem Pokémon, was eine Attacke einsetzt. Und ich bin weg vom Fenster. Ah, Pam-Pam. Können wir mal gucken. Wenn solange Pam-Pam keine Unlicht-Attacken einsetzt... Ach, ist es erst als Pantrago-Unlicht? Scheint noch gar nicht Unlicht zu sein. Scheint nur Kampf zu sein momentan noch. Und es ist verwirrt. Verwirrt ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, wenn es verwirrt ist, dann kann es nicht so viel Schaden anrichten. So, mal schauen. Söhlerin Laura wurde besiegt. Und wir haben ein bisschen Geld gewonnen. So, dann schauen wir mal. Gibt es hier irgendwas noch zu holen? Ah, nochmal ein Pam-Pam. Das könnten wir ja auch tendenziell besiegen. Nachdem wir unser Pam-Pam nicht gefangen haben. Fähigkeit über Brücker. Weil es abgehauen ist, haben wir es nicht fangen können. Ich habe gerade überlegt, wieso habe ich es nochmal nicht gefangen. Aber es ist ja abgehauen, bevor wir es fangen konnten. Am Schluss darf ich nicht so viel anrichten. Ein KP pro Treffer. Das ist nicht so. Sehr effektiv. Allerdings hat es viermal getroffen. Sind dann trotzdem vier KP. Ach, ja. Pam-Pam wurde besiegt. Sarah erreicht Level 12. Sehr gut. Also ich denke, wir sollten halt, bis wir gegen den nächsten Arenaleiter antreten, so mindestens Level 15 schon haben. Aber es kommen ja schon noch ein paar, glaube ich, bis wir dort sind. Das ist ein Uratytox. Unratytox. So, einen Trank einsetzen. Ich hatte ja ursprünglich auch geplant gehabt, mit einer Trankregel oder so zu spielen. Aber momentan denke ich mir so, es ist schwer genug auch ohne Trankregel. Bis ich, glaube ich, tatsächlich eine Trankregel weglasse erst mal. Ihr könnt mir ja sonst gerne mal in die Kommentare schreiben oder vielleicht mache ich auch eine Umfrage rein, ob ihr nochmal irgendeinen Raid oder so haben wollt, mit einem Special-Pokémon-Raid oder so. Da haben wir einen Urapix unterwegs. Hallo. Ha, jetzt habe ich zur Abwechslung mal einen Trainer. Leider habe ich es nicht komplett gelesen und weiß nicht, was er gesagt hat. Irgendwas noch mit Pokémon. Knospi. Ein Knospi. Na, Pico, schaffst du das Knospi zu besiegen? Du bist zwar ein Level drunter, aber vielleicht schaffst du es ja. Oh, das richtet gut Schaden an. Ah, das ist ein Volltreffer. Richtet trotzdem gut Schaden an. Auch Volltreffer, die können wenig Schaden anrichten, wenn sie nicht effektiv sind und vor allem, wenn wir ein Level drunter sind. Also Klapp scheint gut Schaden zu machen. Super. Knospi wurde besiegt. Ich muss ja jetzt gucken, dass ihr wenigstens überlebt, die vier. Was sagen möchtest du lernen? Der hat Kula-Augen. Komm, vergiss Kula-Augen. Rechte Hand könnte man eigentlich auch vergessen. Das ist so selten, dass du mal Doppelkämpfe hast, wo dir das was bringt. Coutini ist Pflanze. Dann setzen wir Maya ein. Obwohl wir hätten auch unseren Käfer-Pokémon einsetzen können. Naja. Maya wird das schaukeln. Maya brauchen wir auf jeden Fall gegen unseren ersten Arena-Leiter, weil der hat ja Pflanzen-Pokémon. Pflanzen-Pokémon besiegt. Maya erreicht Level 15. Sehr gut. Fina Level 13. Oder Fina. Manu. Mehr als blöd. Tja. Ah, da ist Sansa. Sansa wollte ich gerade sagen. Sanja. Jetzt erzählt es uns wieder die Geschichte von diesen komischen Törmen, die Liga-Präsident Rose gehören. Oder dem Kraftwerk. Ja. Oh, ich krieg was. Was krieg ich da nochmal? Ein Fluchtsaal. Kann man immer brauchen. Oh, du haltst meine Pokémon. Das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Danke. So. Wo kommt denn jetzt als nächstes? Das ist leider keine neue Route. Hier ist noch eine Trainerin. Mein Trainerkampf. Pokémon sehen. Da bin ich ja hergekommen, Mathilde. Fililu. Fililu. Lulululu. Ein Typ Unlicht-Pokémon. Also nix für für meinen Käfer. Aber Klaps richtet ja gut Schaden an. Gegen Fililu. Da bringt dir jetzt auch dein Heuler nichts mehr. Du hast so wenig KP. Das kriege ich auch mit gesenktem... K.O. Eine Raffe. Ja, bleib schmatt drin. Raffe könntest du nicht besuchen. Das ist ein Level drüber. Aber das kriegst du hin. Ähm. Ich glaube an dich. Vielleicht auch nicht. Komm. Naja. Vielleicht glaube ich doch nicht an dich. Ich würde es nicht mehr verlieren erstmal. Wenn ich mal noch zwei oder drei Pokémon auf der Box habe als Ersatz. Dann ist es okay. Dann mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Solange ich noch Pokémon. Ähm. Nur ein volles Team habe. Bin ich besorgt. Vor allem angesichts der Tatsache, dass, ähm... Ich, ja... Bald einen Arena-Leiter-Kampf habe. Jetzt tut er meine Verteidigung senken. Ich glaube es ja nicht. String dich an. Du musst dich beeilen, bevor es uns angreift. Wenn wir gesenkte Verteidigung haben, sind wir geliefert. Ich hoffe, wir überleben einen Angriff noch. Ah ja. Setzt nur Routenschlag ein. Dann kann er gerne nur Routenschlag einsetzen, seien er danach nicht angreift. Und wir sind schneller. Wir müssten jetzt mit noch einem Piekser Raffel besiegen. Und, ähm... Pico erreicht Level 13. Sehr gut. Dir ist das Schnurzpiep egal, dass ich gewonnen habe. Na dann ist ja gut, wenn dir das Schnurzpiep egal ist. Da ist ein Baum, wir rütteln mal dran. Vielleicht kriegen wir ein paar Bären. Drei Sindelbären. Einmal schütteln wir noch. Ich will nicht, dass da ein Raffel oder so runterkommt. Fregibäre und eine Sindelbäre aufhören. Und eine Fragibäre sehr gut. Sindelbären sind immer gut. Team Prügler. Team 37. Team Prügler gelernt. Äh, gefunden. Gelernt. Ich hab's gleich auch noch gelernt. Ah, vielleicht bevor ich gegen den kämpfe, könnte ich wieder mein verletztes Pico heilen. Ich wüsste, was der für Pokémon hat, würde ich jetzt tauschen. Aber, klasse, Pico, sicherheitshalber mal vorne. Ich weiß echt nicht, was der für ein Pokémon hat. Der Herr Postbote. Ein Bo-Tockel. Ja, dann war's vielleicht ganz gut. Wenn der nämlich nur geschenkt kann, ist es nicht schlimm. Aber wenn der jetzt Flugattacken beherrscht, wäre das schlecht. Vor allem der ist schon wieder ein Level über uns. Und wer zwei über den... Hallo? Aua? Hab fast die Hälfte der KP gemacht. Aber klappt's auch. Bei Geschenk hat man ja immer noch die Chance. Das ist auch... Jetzt haben wir die Hälfte. Ich glaub, da müssten wir nochmal eins überleben. Bei Geschenk hat man ja auch das Glück, dass es vielleicht statt Schaden schadet, auch wieder heilt. Aber momentan sieht's eher schlecht aus. Reicht's? Bitte lass es rein. Ja. 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 So, Poker... So, Poker... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.